Alex, der in einer sozialen Organisation zur beruflichen Bildung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten tätig ist, arbeitet nun mit Klientinnen, die in vier Tagen in der Woche in individuellen betrieblichen Praktika sind und einen Tag in der Woche als Gruppe bei Alex zusammenkommen. Bei diesen Treffen werden die betrieblichen Erfahrungen der Woche reflektiert, sich gegenseitig Hilfe und Ratschläge gegeben und neue Inhalte gelernt. Alex würde diese neuen Lerninhalte gerne individualisieren, weil die KlientInnen sehr unterschiedliche Vorerfahrungen und Lernniveaus haben. Doch Alex fragt sich, was zur Individualisierung von Lerninhalten überhaupt alles bedacht werden muss und bittet KollegInnen um Rat. Die Individualisierung von Lerninhalten berührt viele verschiedene Aspekte. Zunächst sollte es darum gehen, dass im Rahmen des Möglichen solche Inhalte ausgewählt werden, die zu den individuellen Lernmotiven passen. Die Inhalte sollten also etwas mit der Lebenslage und den aktuell zu bewältigenden Herausforderungen der Lernenden zu tun haben. Darüber hinaus gilt ist, die Themen so aufzubereiten, dass sie in Bezug auf den Umfang und die Komplexität an die individuellen Fähigkeiten der Lernenden angepasst werden können. In einem individualisierten Lernsetting sollten also nie alle Lernenden zur gleichen Zeit das gleiche können müssen, um sowohl Überforderung als auch Unterforderung zu vermeiden. Auch in Bezug auf die Lernzugänge und Strategien können sich KlientInnen stark voneinander unterscheiden. Manche kommen gut mit abstrakteren Texten zurecht, andere benötigen sehr anschauliche Inhalte. Manche Lernende sind möglicherweise noch bei einem oberflächlichen erfassen, während andere zur gleichen Zeit schon vertieft diskutieren und Inhalte kritisch prüfen können. Auch diese Unterschiede erfordern einen ganzheitlichen Lehransatz, sodass auf die Bedürfnisse der Lernenden möglichst gut eingegangen wird. Dies schließt selbstverständlich auch den möglichst weitgehenden Abbau von Barrieren ein, wie etwa die Berücksichtigung von Sinnesbeeinträchtigungen, unterschiedliche Sprachniveaus oder Fähigkeiten in Bezug auf das Lesen und Schreiben. In der beruflichen Bildung geht es stark um Ermächtigung und die Befähigung zu eigenständigem Lernen. Die KlientInnen sollten also erkennen können, dass sie eigene Ziele verfolgen können und auch müssen. Um dies zu ermöglichen, sollten Lerninhalte aber auch so aufbereitet werden, dass sie nicht nur im Rahmen von Unterrichtseinheiten zur Verfügung stehen, sondern unabhängig von Zeit und Ort dann verfügbar sind, wenn die Lernenden dies brauchen und wünschen. Außerdem sollten KlientInnen befähigt werden, die Erreichung ihrer eigenen Lernziele selbst evaluieren zu können. Nur wenn all diese Aspekte möglichst gut bei der Aufbereitung der Lerngegenstände und den Hilfestellungen berücksichtigt werden, kann das Lernen auf Seiten der KlientInnen erfolgreich sein. Wichtig zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass all diese Bemühungen zur Individualisierung nicht zur Isolierung der Lernenden untereinander führen dürfen. Kooperatives Lernen ist nachweislich am erfolgreichsten und nachhaltigsten und sollte in Lerngruppen immer berücksichtigt werden. Alex reflektiert die bisherigen Angebote und ist der Meinung, dass die Individualisierung von Lerninhalten doch nicht erst seit der Nutzung von digitalen Tools wichtig ist und nicht nur mit diesen Tools bewältigt werden kann. Selbstverständlich sollten und konnten Lerninhalte auch in reinen analogen Lernsettings immer schon individualisiert werden. Jedoch bietet die Nutzung von digitalen Tools entscheidende Vorteile. Zum einen kann existierendes Material mit wenigen Klicks reproduziert und adaptiert werden. Dadurch ist eine Individualisierung von bestehendem Material schlicht mit weniger Aufwand möglich, als wenn immer wieder neue Vorlagen erstellt und vervielfältigt werden müssten. Je nach verwendeten Tools und Speicherorten kann es möglich sein, den Lernenden das Material unabhängig von Zeit und Ort zur Verfügung zu stellen, sodass sie dann lernen und Gelerntes wiederholen können, wenn es am besten passt und besonders effektiv ist. Dies kann in der Regel über ohnehin privat genutzte oder von der Organisation zur Verfügung gestellte Smartphones oder Tablets geschehen. Dann können Präsenzphasen für die Reflexion des Lernprozesses, neuen Input und das Einführen von neuem Lernmaterial genutzt werden. Digitale Lernangebote schaffen Raum, vielfältige Materialien für verschiedene Lernzugänge zur Verfügung zu stellen, sie dabei barrierearm zu gestalten und an die Fähigkeiten der Lernenden anzupassen. Digitale Endgeräte besitzen Funktionen, die verschiedene Barrieren abbauen können und Zugänge für einen breit aufgestellten Personenkreis zur Verfügung stellen. Auch Hilfsmittel unterstützen die eigenständige Nutzung von Endgeräten und damit zu nutzende Lernangebote. Im Sinne des Empowerments von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung bieten individuelle, digitale Lernsettings die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren und eigene Lernerfolge zu erzielen. Digitale Lernszenarien verbessern die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderung und ermöglichen ihnen mehr Teilhabe an Wissen sowie digitale Teilhabe. Die Erstellung von digitalen Lerninhalten und digitalen Hilfsmitteln kann von den Fachkräften mit den Adressaten gemeinsam erarbeitet werden, da digitale Endgeräte und Tools Zugänge für alle Menschen bieten und gemeinsames Lernen ermöglichen. Alex kennt bei Smartphones beispielsweise die Funktion zum Diktieren von Texten und Alex kann sich vorstellen, dass der Einsatz von Videos, Quizzes etc. die Bandbreite an Lernzugängen erweitert. Aber wie soll das zum Beispiel mit dem Individualisieren der Stoffmenge und Komplexität ganz praktisch funktionieren und wie kann eine Lernerfolgskontrolle unabhängig einer Lehrperson mit digitalen Tools erfolgen? Geht das denn überhaupt? Bei Taskars beispielsweise, einer digitalen Pinnwand, mit der Lerninhalte bereitgestellt werden können, werden je Pinnwand Links generiert, mit denen die Lernenden zu ihren Inhalten gelangen können. Jeder Link wird dabei mit einer spezifischen Berechtigung versehen, was die Personen, die diesen Link bekommen, sehen und tun dürfen. Die Lerninhalte auf solchen Pinnwänden sind in der Regel in angepinnten Lernkarten organisiert, auf denen Texte, Bilder, Videos, Links etc. abgebildet sind. In einem beispielhaften Modul zum Thema Rechte und Pflichten als ArbeitnehmerInnen können auf der Pinnwand also grundlegende Materialien abgelegt werden, die alle Lernenden bekommen sollen und erweiterte Materialien, die ergänzend für TeilnehmerInnen gedacht sind, die mehr Input bewältigen können. Dann können zwei verschiedene Links zur selben Pinnwand erzeugt werden. Der eine Link berechtigt nur zur Sichtbarkeit der grundlegenden Materialien, der andere Link zur Sichtbarkeit aller Materialien. Der zweite Link könnte also im Verlauf einer Lerneinheit an die Personen verschickt werden, die schnell mit den grundlegenden Materialien fertig sind oder von denen man von vornherein weiß, dass sie mit den erweiterten Materialien gut umgehen können. In jedem Fall werden alle anderen KlientInnen nicht von zu viel Material überfordert, können bei Bedarf dennoch die erweiterten Materialien freigeschaltet bekommen und alle KlientInnen bewegen sich in derselben Lernumgebung. Dies hat sowohl für den gemeinsamen Lernprozess als auch für die Erstellung und Verwaltung von Lerninhalten auf Seiten der QualifizierungstrainerInnen große Vorteile. Des Weiteren bieten viele Tools den Vorteil, dass sie Lerninhalte für die Hosentasche bereitstellen. Das heißt, dass die Inhalte den Lernenden nicht nur bei Präsenzveranstaltungen, sondern dauerhaft zur Verfügung stehen. Einige verfügen auch über Funktionen, mit denen eine eigenständige Lernerfolgskontrolle möglich ist. Mit Tools wie H5P oder LearningSnacks lassen sich beispielsweise schnell und einfach Quizze erstellen, mit denen eigenständiges Lernen mit automatischer Erfolgskontrolle ermöglicht wird. Dies kann für das Lernen für einen Staplerschein, Hygienebestimmungen in der Küche oder ähnliches genutzt werden. In Bezug auf eine Themenfindung, die die Lebenswelt und Lernmotivation der KlientInnen bestmöglich berücksichtigt, können interaktive Feedback-Tools wie Mentimeter benutzt werden. Hier lässt sich Feedback beispielsweise in Form von Abstimmungen zu vorgegebenen Vorschlägen oder in freier Form als Wortwolke einholen. In beiden Fällen funktioniert dies über einen Link, den KlientInnen auf ihr Endgerät geschickt bekommen. Das Ergebnis lässt sich dabei in Echtzeit anzeigen. Selbstverständlich lässt sich auch jede andere Form von Feedback über dieses oder ähnliche Tools einholen und ist sowohl für den Einsatz in Präsenzveranstaltungen als auch für Veranstaltungen, die remote abgehalten werden, geeignet. Alex hat verstanden, dass die Individualisierung von Lerninhalten unterschiedliche Bereiche betrifft, die ineinander spielen und gemeinsam berücksichtigt werden müssen. Dies scheint eine große Herausforderung zu sein. Gleichzeitig hat Alex aber auch verstanden, dass die Lösung dieses Problems eben nicht groß und komplex ist, sondern aus vielen kleinen möglichen Bausteinen besteht, die entdeckt und ausprobiert werden können und müssen. Das erleichtert den Einstieg in das Thema Individualisierung von Lerninhalten durch digitale Tools und scheint wirklich Spaß zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.